irgendwann was entwickeln, aber ansonsten werde ich das Eisen anderweitig verwenden. Ich habe immer wieder mit irgendwelchen Singleplayer-Spielen Eisenbahnenbege gebaut und ich habe sie nie wirklich ausgenutzt. Und das war es nicht wert, nicht mal wert, das Eisen einzuschmelzen. Mal schauen, wie es wird, wenn die Städte größer werden und dann miteinander treiben. Huch. Okay. Es wird langsam dunkel. Ah, okay. Da ist eine Millenäer-Siedlung. Hallo da. Es ist noch ein bisschen zu spät. Ich muss mal kurz gucken, ob hier noch ein bisschen in Betrieb ist. Nachts sind die Leute in der Regel zu Hause. Ja, es ist zu spät. Hier sind alle in der Heia. Heia, heia, schlafen, schlafen. Hier kann ich mich ganz gut eingraben. Beziehungsweise, ich glaube, ich brauche mir einfach hier zwei Schwimmwände und das war's. Ich bin da sehr spartanisch. Was Unterkunft da angeht. Je öfter ich in der gleichen Unterkunft übernachte, desto mehr wird das Ding ausgebaut, aber am Anfang gibt es da nichts zu sehen. Oh Gott. Wie näher ich. So. Ein bisschen mehr Licht. Aber das ist schon eine etwas größere Unterkunft. Und somit ist die dritte Unterkunft gebaut. Bye, bye. Bye.